Hallo Leute, es geht hier heute mit Red Dab Redemption 2. Wir reiten jetzt davon wieder, mit der Western Musik, mit der guten Western Musik. Follow me! Okay, gentlemen, listen up, all of you. According to the information so kindly provided to us by the O'Driscolls, the train will be coming north from Big Valley. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any Outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer that run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Martha and Micah, you head straight for the back. That's what we're after, Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, right? Let's go. Let's go. Dann wird der Zug flachgelegt. Äh, we're going to need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep, Crystal. Yes, folks. Good. Now come on. Let's ride. Das ist ne alter Vesta-Filin. Oh. Na ja. Schnee liegt immer noch hier. Ja. Out of the snow, finally. Feels good, doesn't it? Well, we need to get this done fast. Now it's thawing. Before anyone gets up here after us. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horn. Pass it to you. Just happy, we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Idiot. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Maka? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. Money's safe. You don't just have to trust me. And if the O'Driscoll's are right, there'll be a stack of railroad bonds on this train. There's a water tower. Hold up here on the ridge. Whoa, 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 whoa. Whoa there. Schau nach Bill. Whoa. What are you doing? Is Bill there? Yeah. You want to head down? See how he's getting on? Okay. You're all over the place. Sir. Whoa. What? No. What are you doing? Hey. Das ist eine Lampe. Okay. Wie krieg ich denn das Fernrohr raus? Kompass erweitert. Da ist es doch. Das ist ja auch kein. Kompass erweitert. Dann geht's das, Bill. Wenn man tun kann, dann geht's. Das ist ja auch kein Geld. da war noch mal die quest da kann er aussuchen 3 prozent kompendium das ist ja cool so ein lexikon sozusagen vier von fragezeichen das beunregt mich ein bisschen also jetzt herunter und 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 schau nach b schau nach b die wiener zna mal da kommt er was er war gerade eine neueste er muss jetzt machen sagt mir das mal es geht ja mal jungs in die quest fällt dann seid ihr schuld ja 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 ich bin sicher natürlich kann ich ein bisschen helfen ähm mhm dann machen wir mal ach Dynamit ja stimmt ja das ist zündern zündern ich weiß was soll mit dem fernlaster nach b gucken ich bin ich bin ich bin ich bin fahr im okay ich so okay Na komm Was macht denn der? Achso Äh Wie geht das Jetzt haben wir es Was ist irgendwie komisch Gotten the price on our heads Gentlemen Wie das zu fuß Hey Langsam ist bitte der Zug Einer hat es nicht geschafft Langsam ist bitte der Zug Ich habe es nicht 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 Jetzt verbe ich die anderen Nachbomachstum Nachbomachstum Ich habe es nicht Ich habe es nicht Wir sind in der fronten! Wir gehen ab? Du all right? Ja, ich bin gut. Was was Bill gemacht hat? Er hat lange genug genug zu setzen! Ich habe die Warte, aber wir werden nicht sagen. Was ist denn da? Shouldn't we push up? We gotta hurry! We have to stop this train! That's what we're doing kid! We best get up there! I'm going up! We have to stop this train! We have to stop this train! How are you doing? I'm okay! Zieh doch! Was soll ich dahin gehen? Sag mal, bist du behindert? Hey! Der hat nicht dahin gezählt! LOL! Also irgendwie ist das Spiel merkwürdig! Ich habe keine Ahnung, was da los ist! Ich habe keine Ahnung, was da los ist! Ahhhh! Kann das mal einmal reibungslos... ...gehen? Das ist doch scheiße! Was steht da? Er hat zwei ziehen! Habe ich ihn eigentlich erschossen oder? Was ist denn da? Komisch! Irgendwas L1, dann R1... ...gehen! Look out! We got more coming off the train! There better be some money at the end of this! All these bastards must be guarding something! We need the car at the back, right? Yep! He pushin' off! So... Watch out! There's some shooters I'm done! We don't want us out, you bitch! Oh, shit! Oh... Oh, scheiße! Mehr was? You still okay? You think so? Good! Damn! Who's got an arm? Who is this guy? You're good, kid! Who the hell on the earth? I don't know! God damn it! We're gonna get out of this! Oh, I know we are! Hey! 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 Heyی! Hey! Just wait if you want to get out of the way, well... Well... Messied... No! So ist nun unser war. Und jetzt bräuchte er die mehr aus. Keine Ahnung was das bringt. Ja 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 wichtiges aufheben was da immer drauf auf die leiche nein Brauchen wir nicht games den hier noch wir haben es gleich wir haben es vielleicht Schlangenöl ist grün vielleicht etwas wertvoll ja 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 wir fahren wir mal und gehen. Wir haben einige Leute die eingern in dem Last Car zu sein. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Corbin. Come on, boys. We got our order. Okay. You asked for it. Yeah. 5, 4, 3, 2, 1. It seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. Oh, yeah. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Yeah, go a little bit away from it. Now, don't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. Seems good enough. Now light the fuse. Come on. Here we go. Light itself. Unless you've got a death wish. I'd step back, fellas. All right, come on. Just walk on out here. Yeah. We don't want to kill you. We just want to ride your bars. Get on up. Search that train. So, ich muss mal gerade Leute anfassen. Ja, ja, ja. So, ich steige in den Zug ein. Alles klar. Der Boss muss ran. Der Boss muss mal gucken hier, was Athea ist, ne. Guck mal das hier. Das hier sieht doch besonders aus. Cool. Look at this place. It's like a palace. Now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. You're just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will you? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. I'll give you that. Okay, we'll see if we can get this open. Come here. Come here. Mm-hmm, 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 mm-hmm. So, here, make yourself useful. Least we all know you can read. Gimme those. Railroad contracts, invoices, blah, blah, blah. You got anything? Not really. Some in the here. Sugar reports from the Spanish West Indies? A lot of sugar? Some fancy new boaties over from Europe? I am not robbing another boat, as long as I live for sure. Some. Haben wir noch was? Have you checked all the drawers in the cabinet? Where are you going? Nice. Well, thank God. Come on. Also, in Sinne von Tasche voll. Wir haben das Ding nicht mehr an, ne? Das Tuch haben wir gar nicht an. What did you find? These. Bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well, done. Now, would you get rid of all of this? Train? Yeah. Get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them? We're in here. Take them with you on the train? Train, just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you. Let's ride. Okay. Get on the train. Quick. All of you. Any bright ideas, I kill all three. So behave. Come on. Move. We won't tell a soul. I swear. If I hear so much is a footstep. Machen wir das mal. Locko, locko. Mh, haben wir schon ausgebeutet. Ja. 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 Haben wir denn hier ob noch was drin? Ich guck mal. Ja. Duxt du dich? Oh. Hello. Hello again. Du bist ja schon unbegrenzt. Platz. Am Platz. So. Dann. Zug im Wesen setzen. Wie langsam die Züge früher waren, ne? Jetzt wum, 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 wum. Jetzt nur E-Logs. Knarzt, knarzt. Wir wandern weiter. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well then, let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Oh, so schön. Let's go. Yeah, you can see where it comes from. Come here. Come here. Nice man. Keep up. Come here. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Ja, Boss. Du zwei fahren nach vorne und sicher, dass keine Überraschungen gibt. Wir haben genug davon. Ich? Mit dem Mann? Wir sind einfach so. Komm schon, kiddo. Du kannst mir einen Whisky kaufen. Oh. Oh. Ach du Scheiße. Na, wenigstens mal drüber. Mach's mit den anderen, die vor uns war. Ja, und wie es weitergeht. Bei dem nächsten Mal. Tschüss. Wir sind zurück. Alles sieht gut aus? Was ist passiert? Was ist passiert? Ah! Ich brachte die verdammt wheel. All right. Wir müssen es fixieren. Du willst Hilfe? Ich denke, wir können es behandeln. All right, Charles. Du und ich. Hey, hold the thing up. Will you track?